Seid gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu Resident Evil 7, Vers 38. Und zwar sind wir, wir haben einmal komplett durchgespielt und auf einfach und sind jetzt, wenn wir es einmal komplett durchgespielt haben, kann man den schwierigsten Modus, die schwierigste Schwierigkeitsstufe namens Irrenhaus freischalten. Da sind wir jetzt gerade Irrenhaus und zwar in der Sumpfhütte, wieder am Speicherpunkt. Und wir haben jetzt den Krenenschlüssel und müssen jetzt darauf watscheln. Gut, dann machen wir das. Jetzt gehen wir da durch. Jetzt nehme ich mal die Schrotflinte, weil jetzt kommen dann, da oben kommen wieder einige Molded, glaube ich, heißt Molded. Was heißt das? Jetzt schreib es mir mal. Molder und Scully, oder? Akte Y, Molder und Scully, Molded. Diese schwarzen mit den langen Zähnen, also die so aus der Ghostbusters Kinderabteilung. Gut, da haben wir jetzt gerade die Tante bekämpft, hier, da ist die nur noch Soße. Giftige Soße, also jetzt müssen wir da rauf gehen. Den Zettel haben wir schon gelesen, da ist bla bla, und da ist noch Käse. Jetzt Achtung, ach komm, gib den Schlüssel her. Krenschlüssel, komm rein. Jetzt Achtung, schau her, toll, 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 schau her. Oh, auch schicke Musik, jetzt können wir alles, da ist aber nur, wir müssen das Ding da nehmen. Und zwar, das ist ja klar, was zum Henker, what the heck, ist das, ah, das ist die Pygmen, pygmen, aztekische Pygmen, Statue, Serum, Gehirnnerv, peripherer Nerv. Ich glaube, das ist es. Ja, ja, glaub mal nichts, da muss man nur den Zettel lesen, oder? Oder wie? Okay, der schicke Altar hier, schau her. Wahnsinn, das ist ganz toll, sonst war da nichts, oder? Baseballschläger, äh, gut, jetzt kommt die Gruselabdauer. Ah, jetzt kommt das Telefon noch, jetzt warte. Telefon. Und, hast du ein Währung gefunden? Ja, ja. Oh, du musst mich mit deiner Mama und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung, wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Ein Kopf, äh. Was kann nicht stimmen? Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegt. Den haben wir hier. Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay, schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du. Okay, okay. Oh, oh. Ah, jetzt kommt die Grusel-Abteilung. Oh, da noch schön reinschauen. Oh, oh, oh. 11. Oktober, bla, diese. Klavierspielen kann man leider nicht. In Resident Evil sind öfter mal Klaviere. Da ist anscheinend einer von den Entwicklern. Die Schator hat so eine Baseball-Kappe. Da ist einer von den Entwicklern, oder was ist Klavier-Fan. Ich habe ja auch Klavier gespielt. Was ist das? Ach, das kann man nur anschauen. Was ist das denn? Ein Urmel aus dem Eis. Da ist ein Loch drin. Genau. Da ist auch noch was. Schau her. Da ist Pistolen-Munition. Gut, dann haben wir da jetzt. Oh, jetzt, jetzt. Oh, da schau der Schatten. Oh. Oh, das ist ja Berlin-Bär, oder? Jetzt. Oh, 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 oh. Genau, da braucht man die Lampe von der Oma, damit man die Waage da. Hä? Jetzt warte, wie, 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 wie ging es nochmal? Antike Münze. Ich brauche es da hinten. Na ja, da musst du rein. Brauche ich erst die Lampe. Warte mal, wie, wie ging es? Hä? Hä? Äh, warte, ich muss, äh, da drücken, oder? Warte, da drücken, genau. Achso, ich brauche, äh, wo ist denn die Dreckslampe? Die Waage? Hä? Wie ging es denn jetzt weiter? Scheiße, jetzt muss ich wieder, hä? Wie muss ich denn jetzt sind? Sehr umher schön. Äh, die Tür im Altenhaus. Äh, wo muss ich denn jetzt machen? Hä? Die Oma, ich brauche die Lampe. Ach, jetzt kommt dann der Bossfight mit der Oma, oder? Hä? Muss ich da erst, erst wieder zurückgehen, oder? Äh, nee. War das jetzt ein, dann habe ich, hatte ich den schon? Nee. Ach komm. Hä? Entschuldige, jetzt kenne ich mich. Wo, wo muss ich denn? Ich dachte, ich komme da. Äh, da müsste jetzt der Bossfight, man muss jetzt zurück. Ach, ich muss sie im Wohnwagen erst treffen, oder wie? Warte, nee. Irgendwo. Das Ding haben wir, jetzt kommt der Bossfight. Ah, jetzt bin ich, ach, ah ja. Jetzt, wenn ich runtergehe, kommt, kommt wieder die Oma, oder? Und dann kommt genau. Oh, oh, oh. Scheiße, kann man da nicht vorher noch speichern? Ach, du kacke, hörte, ich komme jetzt, die kommt jetzt, oder? Warte. Ah, ich will speichern. Wo jetzt? Ah, ja. Ah, jetzt kommt sie. Warte. Ich muss da runter. Jetzt ist da offen, siehst du? Genau. Jetzt ist die Soße weg, aber das Speichern noch vorher. Oder? Äh, jetzt ist die Soße weg, und da ist der Loch, da muss ich jetzt rein. Dann geht's ins Gewächshaus, aber da speichern wir vorher, sonst kann ich den direkt wieder machen. Genau, ich muss da runter, aber speichern. Man muss ja alles anscheinend seit dem letzten Speicherpunkt, also wenn wir selber speichern. Genau, oh nee. Jetzt kommt der Bossfight mit der Oma. Das kann wieder happig werden, weil einem da der Cheat wahrscheinlich auch nichts nutzt, oder? Und der ist auch voll eklig, also weil, gut, du wirst es jetzt gleich selber sehen. Ich sag mal nix, weil, da kannst du den Kommentar selber denken, vielleicht auch. Also, nee, da sag ich mal nix jetzt hier. Jetzt warte. Äh, jetzt haben wir vier Stunden fast gespielt, hey. Wird gespeichert, genau. Soll ich den Granatwerfer noch mitnehmen? Oder? Oh, naja. Flammenwerfer, Granatwerfer. Äh, na gut, ich werde dich abkratzt, dann muss ich sowieso hier wieder anfangen. Wenn es Licht hinhaut, nehmen wir einen Granatwerfer. Aber, ach du scheiße, jetzt muss ich da rein. Kommt der Bossfight mit Oma, Kasulke, Oma Kowalski. Mhm, mhm, mhm. Ah, ja. Die Viecher hier. Also hier, das ist schon toll, die Grafik und auch die, die, also das Paranormal Activity. Dann ist hier wieder so ein bisschen blass hier. Gut, jetzt ist er da, oh, weih, jetzt ist er da runter. Oh, oh, jetzt ist hier eine Öffnung. Jetzt, warte, siehste. Genau, jetzt hat er jetzt, ja, da watschelt die Oma weg, siehste. Das ist der Teufel. Genau. Das ist neu. Das ist neu, wunderbar, genau, das ist neu. Da liegen auch noch so Käfer am Bogen. Oh, oh. Kommt die jetzt schon? Nee, die kommt erst drinnen, oder? Oh, weih, da ist aber kein Speicherpunkt mehr, zarte, siehste. Warte, ach, jetzt komm, ah, warte, 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 ah, ich komm jetzt erst aus dem Ding wieder raus, genau. Dann kann ich da nochmal speichern, na, Gott sei Dank, weil jetzt kann ich wieder zum Wohnwagen, warte, muss ich jetzt zuerst in den Wohnwagen? Jetzt, genau, jetzt bin ich in dem anderen Teil vom Hof, genau, oder? Siehste, jetzt kann ich hier nochmal speichern. Und war da noch irgendwas, da ist bestimmt noch, da ist ja antike Münze, da ist bestimmt, warte, wo geht's da wieder, genau, da, sonst haben wir da nichts mehr, ich muss jetzt ins Haus rein, äh, da ist der Ding, da ist ein Schatz, ach, Kloschüssel im Wohnwagen, glaube ich, oder, das machen wir jetzt noch schnell, oder, war das die Kloschüssel im Wohnwagen? Da kommen wir dann raus, da kommen wir raus, am Schluss, wenn wir es glücklich überstanden haben, da war nix mehr, oder? Everywhere, ich suche immer noch die Drecks-Wackelköpfe, da habe ich aber, habe ich aber schon geschaut, die sind ganz wies. Jetzt speichern wir nochmal, schauen wir nochmal das Schatzfoto da in der, bin ich jetzt richtig? Ja, genau, in der Schatzfoto, gehen wir da nochmal rein, schluck, komm, geh durch, Schatzfoto, da können wir da nochmal speichern, jetzt aber rein hier, Schatz, das war das, oder? Ja, müsste die Kloschüssel sein, siehst du, ach, das ist die Mac-Munition, was, ich habe keinen Platz mehr, nee, ach, scheiße, äh, muss ich erst, nehmen wir es aber mal, einfach mal, hauen wir mal den Dietrich rein, zum Spaß, und jetzt nehmen wir das Ding hier, so, jetzt hauen wir die Mac-Munition rein, das Schatzfoto brauchen wir jetzt auch nicht mehr, und den Dietrich, brauchen wir den jetzt noch, okay, die Kurbel, brauchen wir die Kurbel jetzt noch, warte, brauchen wir die jetzt noch, glaubt nimmer, oder? Die Kurbel, glaube ich, brauchen wir jetzt, die brauchen wir später, glaube ich, irgendwann nochmal, dann haben wir die auch noch rein, Krenenschlüssel, äh, ja, die brauchen wir dann im Haus nochmal, in der Vorratskammer, wenn ich jetzt die Munition reinhau, ist die dann weg, warte, ist die jetzt weg, nee, hat er noch, gut, dann kann man die reinhauen, die haben wir jetzt reingehaut, gut, dann haben wir jetzt halbwegs, jetzt könnten wir aber einen Dietrich auch wieder nehmen, warte, jetzt nehmen wir lieber den Dietrich nochmal mit, äh, Kölbel, Schatzfoto, Dietrich, ah, komm, äh, den nehmen wir den Dietrich nochmal mit, der Spaß ist halt, gut, äh, drei Kassetten, da, das haben wir jetzt, warte, da war nix, doch, die haben wir, die haben wir, da diese, da war nix drin, da ist dann später der Kopf drin, das haben wir, das haben wir, Kassette, gut, jetzt können wir speichern, äh, schau, vier Stunden, jetzt, jetzt, hätten wir das Spiel schon beendet haben sollen, wie soll das funktionieren, die haben doch einen Knall, das kann, es ist doch, würde ich jetzt sagen, unmöglich, wird gespeichert, aber die können doch nicht was verlangen, was unmöglich ist, da muss es irgendwelche brutalen Abkürzungen geben, praktisch, oder, gespeichert haben wir, jetzt müssen wir da rein und da ist dann der Bossfight mit Oma Kasselke, jetzt machen wir das mal mit der Schrotwinte, jetzt musst du da ins Gewächshaus rein, naja, bin ich aber gespannt, wie der Bossfight jetzt dann funktioniert, da schauen wir erst noch da rein, Stuhl-Munition, Brennerkraftstoff, Brennerkraftstoff, Kassetten, naja, schau her, ah, siehst, da haben wir jetzt schon mal einen Dietrich, schau her, mit, was gibt es da drin, Mack Munition, die, die, Thomas Magnum, Schießpul, defekte, was, defekte Pistole, ne, was soll ich mit der defekten, Kraut, kein Kraut gewachsen, äh, dann können wir da schon wieder weiter, eine Errungenschaft schafft ist, die Oma abzuschießen, während sie auf einen zuspringt, jetzt passt so, jetzt kommt die, oh, 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 jetzt, warte, 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 da, wir müssen jetzt einfach nur mal, warte, da geht's noch nicht, oder, da geht's nicht, hier ist es auch wieder, oh, schau her, das ist so super schön gemacht, solche Details, schau her, da kannst du fast lesen, was da steht, na gut, nicht ganz, das, was ist denn das, so ein Sandsack, Boxsack, oh, jetzt, da ist nix drin, Washing Machine, Schluck, jetzt wird's hier, oh, 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 hier, hier ist natürlich voll der, der, was denn da, ach, genau, da geht's am Schluss raus, das ist voll der Paranormal Style, hier, war nicht da noch irgendwas, ah, da, da kommt die dann raus, glaube ich, oder, oh, weia, da muss ich da mit der Maus, die muss ich abschießen, während sie auf mich zuspringen, da bin ich mit der Maus, ah, da geht dann die Leiter, ah, da kommt man ja nicht rein, ah, da müssen wir da, um rein, die kommen, sagen wir ja, da ist nix, da ist von der Schüssen, warte, aha, da, warte, ich, wir müssen rauf, oder, da, da, da kann man auch nicht rein, warte, machen wir das mal, da kann man, da kann man da jetzt, ach, da geht's jetzt wieder raus, siehst du, also, gut, aha, wir müssen rauf, warte, schauen wir noch, was da drin ist, kommt, der wirkt aber nicht weit, schauen wir noch, was da drin ist, ah, Munition und Blutplasma, nee, starke Füße, da hängt ein Regal an, ach so, die haben wir, machen wir so witzige Details, jetzt probieren wir es mal mit der Flinte, da ist man so, ah, ich höre sie schon, oder, oh, meier, jetzt, da kommen wir nicht rein, oh, warte, da muss ich da mit der Maus, also, ah, jetzt, wir schießen, ach, jetzt, oh, die hat so lange Arme, rechter Trigger Angriff, aha, oh, die hat so lange Arme, schau dir das an, komm, komm, rechter Trigger, rechter Trigger, aha, ah, schießen, während sie auf dich zuspringt, ah, 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 ah das ding da unten schießen werden sie auf dich zu springt und jetzt schon ganz hier auf dich zuspielen das können wir uns auch schenken jetzt springt wo springt sie denn wo bist du denn ja da kommt sie springen ja da kommt ich da runter gehen jetzt gehe ich und ich glaube da springt die von oben runter oder kommt jetzt springt 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 jetzt springt ich will hier rum ah komm die kletter jetzt komm halt jetzt springt jetzt klettert sie darauf muss sie von oben springen da muss man dann raus ich mag nicht mehr komm komm putt 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 hier springt die auch kommen ich will sie nicht mehr trinke ich kaffee oder springt das ding da unten muss ich aber schnell weg quatschen sonst packt mich irgendwie oder springt du musst spiel wie springen warte da muss sie du musst sie darüber springt warte ich jetzt gehe ich mal da und dann springt die vielleicht rüber warte aha jetzt komm hier da ist was komm komm mit ach ach nee das spiel ist so langweilig komm halt her ich will ein anderes spiel ach komm da kannst du ja gut ich will die erhungenschaften alle kriege ich sowieso nicht aber vielleicht interessiert es ja den einen oder die an dadurch meine man da kommt die den einen jetzt springen die festigen muss ja ja da will ich jetzt kein kommentar aufgeben da will ich jetzt kein kommentar drüber aufgeben halt bringen jetzt geht die wieder runter geh ich da reife irgendwo muss sie doch springen das geben wir müssen da ist die leitung es macht nicht leiter irgendwann muss nur als ist die leiter als gar nicht runter oder irgendwann musste ich ich mache nicht mehr wir kommen das ist ein blödes spiel da kommen wir kommen holt da springt es jetzt springt runter jetzt springt runter oder ja das ist so eklig kommt so genau wollen wir es auch kommen bitte keine kommentare bitte nicht kommentieren bitte ja springt oma oma krause das ist irgendwie so geschmacklos oder geschmacklos was sagst du das ist schon ein komp wääh ist sie aber nicht schon fertig oder das ist schon fertig irgendwo schleimt die noch rum okay warte komm dass kann ihn nicht sein komm schießt jetzt jetzt kommt springer und sie muss jetzt ja komm schon wieder jetzt bin ich tot oder jetzt bin ich will die unbedingt da kommt es nicht doch da kommt wir müssen jetzt halt da jetzt geht's auch baulich lauze vor ort ist und das ist jetzt sehe ich den nummer fokkisch oder ich hoffe ja jetzt kommen wir kommen spring Das sieht man aber auch schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Jetzt seh ich gleich gegen die Granaten. Das Ding muss man abschieben. Komm, ne, das soll man gar nicht wissen. Komm, wieviel muss ich ihm da schießen? Nehm ich das. Nehm ich das Ding. Das dauert aber. Die springt heute nimmer, die Oma. Da bei der Bundeswehr hat man so einen Spruch. Glaubst du, dass der springt? Das glaube ich jetzt auch hier. Komm, ah. Wo ist denn die Tante? Äh. Oh, bitte, bis ich solle treffe. Doch, treffe ich. Oh, da ein Fliegi. Komm, ich will die springen. Äh. Jetzt nehmen wir mal das hin. Jetzt haben wir's, oder? Jetzt haben wir's, oder? Jetzt haben wir's, oder? Jetzt ist es klar, scheiße. Nichts gesprungen hier. Jetzt ist sie. Na gut, die Erhungenschaft haben wir nicht. Okay. Jetzt musst du die Lämpe nehmen. Ach komm. Äh. Komm, jetzt die anderen Zimmer noch auf. Gut, jetzt gehen wir einfach. Das stinkt mich jetzt an. Jetzt muss es da rausgehen. Hä? Ach, jetzt geht's weg. Äh ne. Jetzt kommen wir da aber noch paar Moldage, oder? Antike Münze. Und so. Antike Münze. Haben wir schon. Jetzt müssen wir, wo müssen wir? Ach, jetzt müssen wir das Ding aufmachen im... Andern da. Wie lange spiele ich? Warte. Oh. Noch vier Minuten. Da speichern wir noch schnell. Ne. Das machen wir im nächsten Video. Jetzt speichern wir noch schnell. Jetzt kommt das gruselige Zimmer. Da kommt... Aha. Das war jetzt der Bossfight. Oma. Kasylke. Speichern wir aber. So. Jetzt hab ich die Lampe, oder? Dum 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 dum. Wisch ihr wer? Hier von Pink Floyd. Klingelt's jetzt noch mal das Telefon. Oder? Schau her. Jetzt hab ich vier Stunden drei. Da hab ich nach vier Stunden die Oma erlegt. Ich hab aber relativ zügig durchgespielt. Da... Und so soll's das ganze Spiel in vier Stunden schaffen. Die haben doch einen Knall. Das... Das muss ich mal googeln. Also gibt's bestimmt irgendwo Videos. Das will ich mal wissen. Wird gespeichert. Gut, Freunde. Jetzt machen wir Päuselchen. Und dann gehen wir da rauf auf den... Da ist es wirklich gruselig. Also bitte einschalten. Da wird's... Da musst du reinschalten. Okay. Oh, Entschuldigung. Oh. So. Gespeichert haben wir, gell? Dann schalte ich jetzt aus. Und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Für eure Aufmerksamkeit. Wenn sie gefallen hat, schau wieder rein. Und empfehle mich. Wenn sie gefallen hat, dann empfehle mich ruhig gerne auch weiter. Okay. Die Flaschen stehen da immer. Peng. Äh, tschüss. Bis zum nächsten Video. 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 10